man muss es dann bald auch von Wurschern aus Privatem weil da ist sie noch Lava Wartemann kann man zu mir hinterlassen gleich ich hab Gold gefunden hinter Kohle war Gold und Eis hinter Kohle war Eisen und hinter Eisen war Gold was er jetzt sind sie hätten die Kohle nicht genommen hättest dann hättest du es alles bekommen ich glaube da hast du schon ausgeleuchtet oder ja da hast du schon ausgeleuchtet immer wieder zurück da war noch nicht geleuchtet ist genau da es ist nicht ausgeleuchtet war alles gelettet da hast du auch gepackt da habe ich jetzt alles abgebaut ja und dann gehen wir wieder raus und dann beenden wir mal das Display oder ja wenn du willst ja oder schon mal dahinter was da hinten ja da war da war ich schon gerade eben was war alles nur Fakten wenn ich glaub dass du schon erkundet ja könnte sein also dann sage ich Ciao oder oder gehen wir erst noch mal in unser Haus wo wir tun alles einsortieren weil das wäre ein bisschen doof wenn wir dann das nächste Mal da sind und dann wissen wir gar nicht mehr wo wir waren dann gehen wir mal wieder hoch und dann Creeper in der Ecke pass auf Mann ok der Creeper ist tot wir müssen uns jetzt echt einmal meine Mama macht schon stressen weil ich wollte jetzt eigentlich meine Schulsachen Creeper, 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 Creeper ja so geht's denn auch da irgendwo dann da nach da dann gehen wir nach oben und hoffentlich, hoffentlich ist es nicht her, aber ich glaube es ist nicht nacht ne ist das Tag geh nach oben die ich ein Kraft ich bin noch alles eins es wird hier aber ich glaube mit von mann die Kiste und so wertvoll Kiste ich kann nicht die 35 Teile Güter Wir waren irgendwie total kurz Okay, dann beende ich jetzt mal die Aufnahme Warte, ich muss noch schnell alles rein Ja, ich muss auch noch einen rum, aber meine Du weißt schon Hey, ich hab sogar 50 Cobblestones gesammelt Okay Warte noch ganz kurz Das die noch da rein, das noch da Das noch da Und Das durch mich da rein, das auch Knochen kommt auf den Drop Das auch Okay, ich komme noch schnell zu dir Dann können wir die Aufnahme beenden Jo Ich werde nochmal sehen, was du alles gebaut hast Oder ich schaue einfach nur bei dir vor da, der vorbei Okay Alles nur noch sagen, dann sagen wir jetzt Ciao Ciao Hallo und herzlich willkommen, es geht wieder mal weiter mit Lord of Stigmen Servus Okay, äh, war mir in den letzten Part aufgehört Ähm, ja, ich glaub hier, ja genau, wir waren in dieser einverten Hölle da drin Ja, stimmt Okay Also, was machen wir jetzt? Ja, das freu ich mich auch gerade Wir sollten uns eigentlich Pläne machen oder ein paar Gesprächsthemen Ja, das wäre auch gut So wie in Terraria Oder machen wir eigentlich noch Terraria oder tun wir das abbrechen? Ich glaube abbrechen, weil irgendwie bockt sich das nicht Mein Kraft ist auch viel besser Ja Weißt du noch, wo du im ersten Part gesagt hast, dass du Terraria viel besser findest wie Mein Kraft? Ja, das ist nur so der, ähm, der Anschein Nein, scheiße, jetzt bin ich rausgegangen, was ist ja, aber Ja, weil ich glaub, ähm, in jedem, in jedem, ähm, Typen steckt ein bisschen Jump' Around drin Okay, machen wir weiter Also, machen wir jetzt schlafen, glaub ich Ja Genau Wo willst du jetzt hin? Oder machen wir eine Monster Nacht, dass wir so Monster killen und so Ja, können wir auch Aber dann müssen wir uns zwei ganz schön stark ausrüsten Ach, scheiße Jetzt geht es hoch, so Mal schauen Ich schaffte mir schon ein Eisenschwert, damit ich besser vorbereitet bin Und nicht mit meinem Steinschwerter Und nicht mit meinem Steinschwerter Und das wollte ich beim Ofen craften Okay, Diamantschwert Ich nehme mal einen Kompass mit, wenn mir irgendwie das verlaufen soll Hast du was zu knabbern dabei, weil ich hab wieder so wenig Ich hab nur noch drei Steaks Okay, wir müssen dann halt auch Ich hab zwei Steaks, okay Aber wir bekommen ja bestimmt was Wir müssen ja Tiere killen dann noch Ja, da hinten ist so eine Kuh, die können wir ja als erstes kennen Okay, kommst du die ersten Ich tue mal ein bisschen Eisen machen Okay, das soll es reichen Oh, das hab ich dein Kuh nicht verstellt, sorry Ist egal, halt, hab ich auch irgendwie nur so zum Spaß gemacht, weil ich langweilig mache Okay, Creeper immer ganz stark aufpassen Oh, irgendein Gewicht ist von Geräusch Und hast du jetzt eigentlich eine Playlist drin? Äh, nein, die hab ich jetzt nicht drin Ja, kann ich machen Aber da muss ich die Aufnahme beenden, weil da muss ich aus dem Holz, äh, Fullscreen wie Modus rausgehen Weil sonst kann ich in HT aufnehmen Und damit die Aufnahme wieder beendet, ja Okay, dann machen wir jetzt auch noch einen Stopp, oder? Ja, ganz kurz, bis gleich Okay, jetzt geht's weiter Okay, ja, dann Mit Cruz Lele sich läuft, glaube ich, oder? Dann gehen wir mal nach oben Ich habe jetzt noch den Pfeil und Bogen Oder nur Und halbogen Und die Pfeile Okay Oh, ich frage mich, wo was mich da erwarten wird Oh, das ist noch was wir uns erwarten Von mir stehen wir alle Wo man natürlich steht, wie alle Eure Du bist halt beliebt bei den Zombies Aber du lass mich mal die Seite anbaut, kann ich auch mal Bogen machen Oh, Creeper Schieß mal den ab, auch gern Scheiße, jetzt leckt es ein bisschen Aber dann Haus ist ein Creeper Bam, ach scheiße Ich hab mich nicht getroffen, Mann Du gehst einfach so zu Creeper Ja Ich glaub Das EP gehört mir Da war noch irgendwo Pfeil von mir Hat der eine Pfeil ist es egal Da ist ein Skelett Was pass auf, was es sind Gegen Skelett zu kämpfen, sauergefährlich Oder als ein Creeper Oh, oh Bam Schleudig deine Zeit, feile für Skelette Warte mal Warte mal Warte mal schnell Ich hab dir ein paar Pfeile vor Scheiße Hier sind ein paar Pfeile von mir Nein, warte Was ist gelettet hinter dir? Nimm mal Das habe ich wieder, halt Ach, shit Nein, jetzt hab ich ihn auf die Wasseroberfläche Oh, mein ganzes Essen ist jetzt schon weg, Mann Auf dem Land sind wir doch besser mit den Kämpfen Nein Ach, das war halt sowas von klar Bist du krepiert Ah, das ist eine Kuh, schnell Juh, ich hab Fleisch bekommen Okay, mal schauen, wo meine Sachen wir sind Und ich hab übrigens jetzt 19 Cool Kürtel Den, wo ich einfach nur auch... Äh, mein Kansans Alsjeher, das Skelettkotz war nicht Die Zams, die sind nicht schlimm, aber das Skelett Man kommt früher eins Und jetzt schützt es auch noch Ach, Mann Zitter schaffte zu schlecht noch mehr lecken Aber es liegt eigentlich fast gar nicht Oh, mein Leben, was er denn wieder generiert, Mann heute konnte ich so eine komische Zirkusmusik die passt jetzt voll dazu wird für Döte 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 ja auch nicht so sagen die Jürgen 10 und irgendwie glaub ich ist die Zirkusmusik ein bisschen laut aus dem Erb oder hast du ne Map oder so oder ein Kompass ja du hast ein Kompass oder äh ja ich hab Kompass aber ich kenne mich halt aus wie viel aus hoff ich mal das Gelächter muss von unten angreifen ich habe schon mal zwei oder drei Parts für mich ich stehe hoch pass auf, pass auf mann hey der hat ne äh ne Platte gelegt warum liegt dein Eisenswert am Boden? hast du es fallen gelassen? äh nein ah das ist äh vielleicht weil es gibt also äh ich glaub das Skelette tun jetzt mancher Bögen vielleicht tun dann irgendwie andere Tiere was anderes also wie zum Beispiel ein Eisenschwert vielleicht hier hat ein Eisenschwert bitteschön oh das ist die Musik wieder total laut warum hast du Rottenfleisch gegessen? weil ich das wollte jetzt kommt nicht irgendwie so Größe jetzt kommt sie mir sogar nope ja so ungefähr ja ungefähr jetzt kommt die stutt Guter Musik worüber gibt ihr einmal ein gibt der ein Baum da bitte sucurs Mom und so ne Kuh drauf wird die das ist schon Leute es könnte auch mal aufwärts zu schütteln das ist und von dem Dorf da ich glaube es gibt die Sonne langsam wieder auf das ist noch okay wir wieder nach Hause und jetzt kommt neue Musik jetzt kann man schlecht er hat genau jetzt wird es taugend jetzt kommt wie es kursi Musik bei jetzt und in diesem auch es gibt es kursiert du bist voll auf Drogen wollen vor Ort das Fleisch gegessen sie sind das ja wenn Külpa Körnungsdruck und Külpa so oder als es auch mehr waren aber was macht sie mir nichts also machen sie von Amogeungsschaden nicht äh, was bist du? mit deinem Wasser bist du zufällig? ja, ich bin so ein perfektes Skelett, Mann bist du der Nähe von dem neuen Haus? ja, ich bin hier in Sachen hallo äh, wo sind die? okay da sind noch Knochen ja, ich weiß doch, da ist auch noch was okay, okay warte, ich geh jetzt zurück zu meinen Ausdrucker und ich mache jetzt, was mache ich denn? ich geh jetzt zurück zu meinen Ausdrucker warte ich habe auch noch ein Fahrten oder einspielen als Teil meine Stelle jetzt wieder die Sprache auf Englisch war irgendwie warum? keine Ahnung oder ein Zombie, wie er es auf mein Dach gespawt, man? auf Englisch bin ich da einfach gewohnt mein Haus ist voll, mein Haus ist voll gemütlich, musst du mir vorstellen ja, mein Haus ist auch schön gemütlich weil direkt über mir ist ein verfickter Zombie bei mir ist alles frei, lol, der Zombie warte, ich versuche ihn zu killen ha, ich habe ihn getroffen oh, ich habe zu viel verortetes Fleisch, Mann schade, dass man nicht irgendwas damit craften kann, oder so warte, ich mache mal ein bisschen Bone Meal, okay? ja, okay, wenn du Bock hast oh, der Regen kotzt so an, Mann bei mir ist irgendwie gerade so voll die entspannte Atmosphäre in meinem Schlafzimmer ok, 60 Eisen, 22 Gold, 44 Eisen das ist ein bisschen Bone Meal warte, dann brate ich mir mal was ich brauche mal ein bisschen Kohle ich habe nämlich noch Goldohren zum Schrott das kann ich alles nur machen ey, das kommt in die Wertvollkiste Mob Drop das ist kein Mob Drop warum habe ich, äh Blumen zu Mob Drop getan egal du willst, die Zombies gehen nicht drauf du willst, die Zombies gehen nicht drauf